Mehr als 19 Monate führt Russland Krieg in der Ukraine und wir wollen uns auch heute die militärische Lage im Land ansehen. Und wir fangen an mit schweren ukrainischen Angriffen auf die Front im Süden des Landes, nämlich auf die Region Saporysha. Dort scheint die ukrainische Armee ihre Angriffe einmal mehr verstärken zu wollen. Und wir sehen hier zum einen Kamikaze-Drohnen-Angriffe auf das Dorf Nowopropivska. Und Nowopropivska ist das nächste Dorf, was die Ukrainer erobern müssten, um Richtung Tokmak, um Richtung Süden vorzustoßen. Und wir sehen jetzt hier, dass nicht mehr nur die Gräben angegriffen werden, sondern dass eben die dörfliche Struktur, also die urbane Struktur, hier ein Industrie- oder ein Landwirtschaftsgebäude angegriffen werden. Und die Ukrainer eben dort versuchen, innerhalb des Dorfes die Russen anzugreifen. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach vorne, weil wir haben natürlich auch weitere Angriffe auf Gräben, wie man sie eben immer wieder sieht. Aber wir haben jetzt auch gleich einen Angriff auf russische Soldaten im Zentrum des Dorfes, was eben darauf hindeutet, dass die Ukrainer eben hier vorstoßen wollen. Was wir hier sehen, ist tatsächlich ein Quatt der russischen Armee. Diese kleinen Quatts, auch wenn sie völlig ungeschützt sind, werden genutzt, um sich eben schnell von einem Ort zum anderen zu bewegen. Die sind sehr gut geländegängig. Auch die Ukrainer benutzen die. Wir sehen aber jetzt, wie die ukrainische Drohne das Ganze erfasst hat. Und dann eben gleich darauf ein Angriff mit einer Kamikaze-Drohne vollzogen wird. Und wir sehen das eben hier gleich von der Sicht der Drohne selbst, jetzt aber auch nochmal von einer weiteren Drohne, wo wir uns hier befinden. Nämlich, jetzt können wir das ganz kurz anhalten, nämlich das Ganze hier im Zentrum von Nowopropivska. Nämlich hier haben wir die Kreuzung, die wir gerade gesehen haben. Da oben ein Verwaltungsgebäude, vielleicht das Rathaus, hier eine Schule und eben verschiedene andere größere Gebäude. Das heißt, anders als Robothüne, was die Ukrainer ja etwa vor einem Monat befreit haben, ist Nowopropivska größer, hat eine größere urbane Struktur, hatte vor dem Krieg etwa 2000 Einwohner. Und hat eben auch Industriegebäude, die natürlich besonders schwierig für die Ukrainer zu nehmen sind, weil sie eben dicker gebaut oder dickere Wände haben. Dort verstecken sich aktuell die Russen, verteidigen dieses Dorf. Und wir haben in den letzten Stunden von den Russen gehört, dass man sich zurückziehen musste an den Dorfrand. Die Russen nennen das euphemistisch, die Front beglätten oder glatt ziehen musste. Dass also die vorgeladenen Positionen aufgegeben wurden und man sich direkt ins Dorf zurückgezogen hat, um das hier zu verteidigen. Das also die Situation in Nowopropivska, wo die Ukrainer als nächstes vordringen wollen. Aber, und das ist sehr interessant, sie wollen ja nicht bloß dort bleiben, sondern sie wollen nach Togmak weiter. Sie wollen nach Togmak, das ist eine ehemalige Großstadt, über 30.000 Einwohner hatte, die vor dem Krieg. Und hier bei Togmak haben die Ukrainer jetzt einen sehr starken Angriff vollübt, der sehr viele Russen wahrscheinlich getötet hat und sehr viele Technik auch zerstört hat. Was wir hier sehen, wir können das mal vielleicht gelb markieren, ist eine große Reihe von Schützenpanzern vom Typ BMP-2, die sich hier überall verstecken. Und wir sehen zum einen daran, dass wir fast gar keine Schäden haben, das heißt die Bäume hier sind überhaupt nicht von Artillerie zerstört. Und zum anderen eben an dieser großen Anzahl von russischen Schützenpanzern, hier geht es weiter und dann hier sind noch zwei weitere, LKW sind auch gleich noch daneben, dass die Russen hier nicht auf einen Angriff vorbereitet waren und dass hier auch bislang nicht gekämpft wurde. Das Ganze, wie gesagt, eine Frontlinie in der Nähe von Togmak, wo die Russen große Verstärkung vorbereitet haben. Ich glaube, jetzt sieht man es ganz kurz, sieht man es auch noch mal ganz gut, wie hier die Schützenpanzer, die BMP-2, relativ nah beieinander stehen. Das heißt, man ist hier nicht vorbereitet auf Angriffe. Die Ukrainer haben das aber gesichtet und verüben jetzt einen Großangriff auf diese Stellung, auf dieses Waldstück. Wie gesagt, 30 Kilometer hinter der Front. Das heißt, das hier ist Präzisionsartillerie, die jetzt nacheinander die Schützenpanzer zerstört und auch LKW dort zerstört. Und wir sehen gleich mal, was für ein horrendes Ausmaß diese Zerstörung hier hat. Dass wir nämlich das gesamte Waldstück, was vorher völlig unbestätigt war, wo noch nie gekämpft wurde, dort in Flammen haben und sämtliche Schützenpanzer, nämlich mindestens fünf Stück, zerstört wurden. Was wir hier sehen, explodierende Munitionen von LKW, die auch getroffen wurden. Und diese ganzen kleinen Sekundärexplosionen hier außenrum, das ist die Munition, die dorthin verschossen wird, wenn man so möchte. Verschossen wird in Anführungsstrichen natürlich, weil diese LKW ja völlig unkontrolliert brennen und explodieren. Das also ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Ukrainer es weiterhin ernst meinen, dass sie eben vordringen wollen, dass sie nach Süden vordringen wollen und eben Togmak unbedingt erobern wollen. Gerade jetzt, wo die Nachrichten ja relativ schlecht sind aus den USA, wo es eben so aussieht, als würde demnächst keine weitere Finanzierung mehr stattfinden der Waffen. Wir sehen das hier nochmal ganz gut. Hier also dieser Waldkamm, der einmal hier lang geht, der einmal hier lang geht und der einmal hier lang geht. Alles in Flammen. Dort haben überall russische Waffensysteme gestanden. Schützenpanzer, wie gesagt, Artillerie-Schütze unter Umständen. Das ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall Munition für Artillerie wurde dort abgeliefert. Und dieser ganze Waldkamm oder diese Waldkämme stehen jetzt hier in Flammen. Das ist also die Situation im Süden. Wir schauen uns das Ganze auf der Karte an, um zu verstehen, worum es hier geht. Togmak, also die Stadt, die wir gerade hier gesehen haben, wie angegriffen wurde. Nicht die Stadt selbst, sondern die russische Stellung. Novoprokopivske etwa hier, also noch zehn Kilometer nördlich. Und wir sehen natürlich, dass dieses Dorf überwunden werden muss, wenn die Ukrainer da lang kommen wollen. Was wir aber heute Morgen auch gehört haben, ist, dass es neue ukrainische Angriffe gibt in diese Richtung. Und zwar ins kleine Dorf Kopani. Kopani, auch ein weiteres Dorf, was dort von den Russen gehalten wird. Von dem aus die Russen in den letzten Wochen immer wieder Gegenangriffe vorgenommen haben, damit die Ukrainer eben nicht weiterkommen. Damit sie sich nach links und rechts verteidigen müssen und nicht nach Süden weiter vordringen können. Dort wollen die Ukrainer ganz offensichtlich die Front verbreitern. Diesen Keil, ich kann das mal mit einer anderen Farbe einzeichnen, den Keil, den sie hier geschlagen haben, nochmal verbreitern, damit eben ihre Flanken nicht mehr so anfällig sind für russische Gegenangriffe und sie eben auf breiter Front, so breit wie möglich, vordringen können in Richtung Tokmak. Das ist also die Situation hier im Süden, wo die Ukrainer nochmals eskalieren. Und zwar eskalieren im ganz positiven Sinne eben voranschreiten und ihre Offensive verschärfen in Richtung russisch besetzten Gebiet. Wir wollen uns aber auch ansehen, wie die Russen reagieren. Und das sind Aufnahmen, die ja so ein bisschen nachdenklich machen. Denn diese Aufnahmen stammen wiederum von russischen Drohnen und sind in der Nähe der Stadt Zaporizha, der Stadt Zaporizha, nicht der Region Zaporizha, entstanden. Und wir sehen hier einen ukrainischen Zug, der gerade mit Militärtechnik gefüllt wird. Wir sehen verschiedene LKW, auch verschiedene gepanzerte Fahrzeuge, die dort drauf sind. Und die russische Drohne hat das nicht nur gesehen, sondern sie leitet einen Luftangriff ein. Einen Luftangriff auf diesen Zug, der beladen wird. Hier sehen wir es nochmal. Hier wird also gerade ein weiteres Fahrzeug eben von der Straße auf den Zug geladen. Hier vorne ist der Zug zu sehen. Und was wir jetzt sehen, ist, dass die russische Drohne die Koordinaten weitergibt. Und jetzt haben wir hier einen großen russischen Luftangriff, möglicherweise mit einer FAB-500-Bombe. Das sind diese ehemaligen Freifallbomben, die aber eben erweitert wurden mit so einem Flügeln und die eben auch mit GPS-Koordinaten jetzt eingesetzt werden, um hinter der Front zuzuschlagen. Auch Saporizha, wir können uns das gleich nochmal auf der Karte ansehen, relativ weit gelegen hinter der Front. Und das eben ein Verkehrsknoten. Wir sehen es auch hier, wo die Ukrainer offenbar nicht gerechnet haben mit einem russischen Angriff. Deshalb auch keine Luftverteidigung oder ähnliches. Und das Ganze ist natürlich bedenklich, wenn man sieht, dass die russische Armee hier sowohl die Luftangriffe darauf fliegen kann, als auch eben die Drohne darüber haben kann. Der Luftangriff, den wir gerade gesehen haben, hier also in der Region bei Saporizha. Und wir können uns ja vorstellen, wenn die russische Bombe dort eintrifft, dann muss die ungefähr vielleicht hier, könnte das Flugzeug sich befunden haben, um die von dort aus abzufeuern. Und dass die Bombe dann aus einer relativ großen Höhe dorthin fliegt und dort eben einschlägt. Das also schlechte Nachrichten für die Ukraine. Die Russen, und das haben sie bisher weniger oft gemacht, scheinen jetzt auch die Nachschublinien und eben die Transportlinien, also auch die Züge und so weiter weit hinter der Front angreifen zu wollen, um eben, genauso wie es die Ukrainer machen, dem Feind den Nachschub abzuschneiden. Wir wollen weiterschauen zum Thema ukrainische Verteidigung des Landes. Und dort gibt es neue Aufnahmen, und zwar diese Aufnahmen. Das ist ein sehr, sehr altes S-200-Flugabwehrgeschütz aus sowjetischen Zeiten. Und die S-200 wird heute kaum noch eingesetzt, weil wir sehen es hier, das ist eine sehr große Rakete, die auch sehr auffällig ist. Ihr könnt es hier nochmal sehen, die also verschiedene kleine Raketen hier dran hat, die eben die Booster sind, damit sie überhaupt vom Himmel hoch, in den Himmel hineingeschossen werden kann, damit sie überhaupt ihre Reichweite bekommt. Aber, und das ist das Besondere, sie hat eine sehr große Reichweite. Man hatte bislang gedacht, 135 Kilometer, offenbar haben die Ukrainer das noch verlängert. Und sie setzen die nicht gegen Flugzeuge ein, so wie es eigentlich gedacht war, sondern sie setzen sie gegen russische Bodenziele ein. Dass sowas passiert, das sehen wir gleich, wurde schon angenommen, wurde schon im Juli angenommen. Jetzt sehen wir zum ersten Mal den Start einer S-200, die eben von der ukrainischen Armee aus genutzt wird, um in Russland anzugreifen. Wir wissen, die westlichen Waffen darf die Ukrainer nicht nutzen. Jetzt sehen wir gleich den Start, hier passiert er. Die westliche Waffen darf die Ukrainer nicht nutzen, um Russland anzugreifen. Deshalb muss sie auf eigene Waffensysteme, auf alte Waffensysteme zurückgreifen. Das tut sie unter anderem, indem sie eben ihre Drohnen einsetzt. Aber diese Drohnen, wir wissen das, haben eine sehr geringe Schlagkraft im Vergleich zu Raketen. Und jetzt sehen wir Aufnahmen aus der Region Bryansk und die sind bereits aus dem Juli. Und was wir jetzt sehen ist, und hier ist es ganz gut zu erkennen, eine, wie damals angenommen wurde, aber eben nicht bewiesen werden konnte, unter einer S-200 der ukrainischen Armee, die hier einschlägt, in einer Fabrik in Bryansk. Und diese Fabrik befand sich 200 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Also haben es die Ukrainer offenbar geschafft, eben diese S-200-Reichweite noch zu vergrößern, indem man eben nicht Ziele im Himmel angreift, also Ziele, die gerade fliegen. Und da braucht man ja Energie, um in den Himmel zu kommen, sondern man leitet diese Energie um und kriegt noch zusätzliche Reichweite in diese alten sowjetischen Flugabwehrraketen hinein. Und damit kann man dann eben auch russische Bodenziele angreifen. Das also zum Thema Innovationsfähigkeit der Ukrainer, um eben zurückzuschlagen in Russland, was sie nicht dürfen, wie gesagt, mit Stormshadow, mit Skalb-EG und anderen westlichen Marschflugkörpern. Und insofern, das hier die Alternative, die die Ukrainer ergreifen. Und es gibt weitere, ja, wollen wir sagen, gute Nachrichten für die Ukraine. Es gibt erstmals jetzt Aufnahmen des Leopard 1. Der Leopard 1, wir erinnern uns, ein alter, sehr alter deutscher Kampfpanzer, der vor 35 Jahren im Jahr 1987 zum letzten Mal aktualisiert wurde, zu seiner aktuellsten Variante, nämlich Leopard 1A5. Und dieser Leopard 1A5 wurde jetzt wieder fit gemacht, 37 Jahre später, um in der Ukraine eingesetzt zu werden. Und wir sehen jetzt hier erste Aufnahmen eben aus der Ukraine, wo damit trainiert wird. Wir wissen, dass etwa seit Anfang September diese Panzer in der Ukraine sind. Bislang hat man sie aber noch nicht gesehen. Das ändert sich jetzt. Wir sehen, dass die Ukrainer sehr darauf trainieren, dass sie eben versuchen, diesen, ja, man muss schon sagen, Uraltpanzer eben so einzusetzen, dass er den russischen Panzern gleichwertig ist. Und das ist auch etwas, was die ukrainischen Soldaten und die Kommandanten der jeweiligen Fahrzeuge und Waffensysteme hier sagen, dass die Panzer zwar eine geringere Reichweite haben, als die russischen Panzer, aber ansonsten vergleichbar sind. Und wir sehen gerade diese Rückfahrmöglichkeiten, also dass die Panzer genauso schnell vorwärts wie rückwärts fahren können, fast genauso schnell. Das sei wohl etwas sehr Positives, womit man glaubt, dass man die Russen eben noch überraschen könnte. Insofern eine, ja, halbwegs gute Nachricht, wenn man so möchte. Keine modernen Kampfpanzer, leider keine Leopard 2, keine Abrams, keine Challenger 2, die die Ukraine ja schon bekommen hat, aber sehr, sehr alte, aber wie man hofft, doch auch einsetzbare Leopard 1-Panzer, auch aus deutscher Produktion, endlich in der Ukraine eingetroffen. Jetzt gerade in der Erprobung und dann hoffentlich auch bald im Kampf um die Befreiung des Landes.